Um mit dem Sturmsoldaten von Level 11 auf Level 12 zu kommen, müssen wir 10 Gegner in 35 Sekunden im Chemiewerk auf Gollum Island töten, 15 Gegner in der Chemikalien-Pipeline von Gollum Island töten ohne zu sterben und 2x4 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten. Das hört sich ehrlich gesagt ziemlich leicht an. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um die 10 Gegner in 35 Sekunden. Denn wenn die weit auseinander sind, könnte das problematisch werden. Ich bin jetzt hier schon ganz in der Nähe vom Chemiewerk, das ist da vorne. Ich kenne mich hier noch nicht so aus, was ich aber schon gesehen habe, ist, dass hier verdammt viele Minigun-Autos rumfahren. Und ja. Um ehrlich zu sein, bin ich der Minigun eben nach dem Intro schon einmal kurz zum Opfer gefallen. Hab die nur, hab das nur an die Aufnahmen nochmal neu gestartet. Hm, das hier ist ein schlechter... Moment, ich kenne das. Hier habe ich doch... Hier habe ich das Video gemacht, ähm... Beziehungsweise einen Teil des Videos gemacht, ähm... Wie man die Drohne realistisch benutzen kann. Ich weiß es noch genau, da kam ich aber von der anderen Seite hier. Von hier unten schaffe ich das auch nicht, denn da fährt die Behemoth rum. Okay, aber 10 Gegner in 35 Sekunden hier. Ich teleportiere mich mal dahin. Das ist schon ziemlich heftig, glaube ich, denn... Ich weiß nicht, ob so viele Gegner da... Ich glaube, da sind nicht so viele Gegner auf einem Haufen. So, jetzt müssen wir in genau die andere Richtung. Müssen wir da rüber, durch... Über dieses Dingens... Ne, da hinten ist auch noch eine kleine Straße. Die bestimmt abgesperrt ist, so wie ich mein Glück kenne. Ich kann ja mal eben schauen, ob ich mit der Drohne da irgendwas sehen kann. Vielleicht ist ja auch so eine wacklige Hängebrücke da oder sowas. Hm, das sieht mir nicht danach aus, als wäre da irgendwo eine Hängebrücke. Tja, gut, da könnte man... Ne, auch nicht wirklich. Okay, das heißt, wir müssen da rüber. Kein Problem. Kämpfen wir uns einmal da durch. Vielleicht können wir dort auch die vier Gegner in weniger als drei Sekunden schaffen. Die Chemikalien-Pipeline, wo ist die denn? Das ist der Heliport. Das ist die Satellitenschüssel. Chemiewerk. Camp sowieso. Testgelände. Wo ist denn dieses... Noch ein Außenposten. Lavadukt. Ach, da hinten. Gut. Lauf ich noch richtig? Ja. Gut. Bin ausnahmsweise mal komplett on track. So, schauen wir mal. Erstmal Scharfschützen wegmachen. Da hinten noch einen. So, haben wir da ein paar Wulfs und so weiter. Ich könnte ja mal so ein Ablenkungsköder-Gedönster hinwerfen. Ich benutze die eigentlich sowieso viel zu selten. Weil die halt immer viel zu viele Gegner anlocken. Aber in dem Fall ist das ja genau das, was ich will. Keine Ahnung. Da vier Gegner im Umkreis sind. Toll. Da kriegt niemand irgendwas mit. Leute, wie hart kann man daneben schießen? Ehrlich. Ich war gerade so aufgeregt. Wie hart kann ein Mensch... Mensch dann nicht... Mensch dann neben schießen. Eieiei. Gut, das war nix. Kontakt negativ. Vielleicht da hin. Okay, der da rechts hat irgendwas gehört. Ach, die Sonne da, ne? Ich geh mal in den Schatten. Ach, guck mal da. Was ist denn heute los? Sag mal. Wo haben wir denn noch Gegner? Kann ich da Fallschirm runter? Ja. Nice. Ich einfach mal dahinter. Und schau mal auf die Karte. Nach etwaigen Kisten. Links ist eine Kiste drin. Hier ist alles sauber. Oh, da. Oh nein, da. Was? Raide-Einsatz abgeschlossen? Was? Prioritäts-Eliminierung? Ähm, okay, gut. Grab mal so nebenbei aus Versehen gemacht. Alles klar. Einmal Teile. Für mich. Einmal zerlegen. So. Gibt's da auf dieser Seite noch... Ja, ganz da hinten gibt's noch ein Kleidungsstück. Was ist es denn eigentlich für eins? Oh, ne Sonnenbrille. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Ja, ich hab den gesehen, aber... Da der in dieses... Häuschen da verschwunden ist. So, das Ding ist aber nicht hier, ne? Die Kiste. Oh, guck mal, Generator. Wer hätt's gedacht? So, einmal Strom aus. So, aber wo ist diese Kiste? Wo soll die... Ach, da hinten. Schau ich mir mal eben an. Interessiert mich grad. Was ist denn das immer mit den Sonnenbrillen hier, ne? Die sind... Abgesehen von der... Also, die ist dunkel. Aber die... Ich find die nicht... Sieht aus wie ne... Wie ne, äh... Bullet End. So ein bisschen. Haben wir hier ne Bullet End? Ne, haben wir keine. Nun. Ah, hier. So ein bisschen. Ja, gut. Das hat sich ja nicht gelohnt. Ich muss jetzt nur da rüberkommen. Kann ich... Ich könnte da mit dem Fallschirm und dann da. Das wird gehen, glaub ich. Aber wenn's nicht geht, sitz ich da unten fest. Vielleicht sollte ich aber auch nicht so offensichtlich da rumstehen. Ich schnapp mir jetzt erstmal hier den. Den da. Wir haben zwei Mörser hier. Einen hier, nur einen auf der anderen Seite. So. Bringt das was? Ich probier's aus, oder? Ja, guck mal nach, was es war. Shit. Shit. Äh, ja. Einmal nachladen. Einmal Schalldämpfer ab. Einmal hinlegen. Und hoffen, dass keiner mit Schrotflinte da hochkommt. Und hoffen, dass es nicht noch einen anderen Weg da hoch gibt. Oh, und da kommt einer. In der Schrotflinte. Alter, was ist denn mit deinem Mame los? Oh, oh. Toll. Das hat ja nicht so gut geklappt mit den vier in drei Sekunden oder wie sie sind. Mein Aim ist total im Eimer. Solange alles ruhig ist, ist alles gut, aber... Sobald die Kacke am Dampfen ist... Du bist tot, hörst du? Ich weiß, ich verblute gerade aus dem Bein. Aber wo bist du? Ja, rück mal weiter vor, dann seh ich dich vielleicht. Das müsste gewesen sein, oder? Ich verarzt mich mal eben. Zumindest sind wir jetzt auf der anderen Seite. Gut, das war ja nicht so erfolgreich. Da haben wir immerhin ein Fahrzeug. Haben wir auch ein kleines, schnelles. Und den Strom habe ich ja ausgemacht. Ich hoffe, der zählt für beide Seiten. Schauen wir mal. Ah, da gibt es doch noch eine Kiste. Oh, Scale Credits. Die würde ich gerade gerne mitnehmen, wenn es recht ist. Ich meine, wenn wir irgendwo vorbeikommen, wo eine Kiste ist, können wir ja auch gerade die Kiste mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wo sie ist. Ohne hat es das immer so eine Sache. Was höre ich denn da? Ach, das hier, das... Hier, das... Raid-Ding. Kann man alleine nichts dran machen. Meistens sind die Kisten irgendwo oben, aber hier ist es scheinbar nicht. Hinter mir. Da drohen werden sie, glaube ich, markiert. Ach, hinter mir. Was toll. Einmal runter. Und nochmal runter. Und nochmal runter. Gut, die normalen Kisten muss ich ja eigentlich nicht mitnehmen. Was ist denn da? Oh, falsche Taste. In der... Wo Waffenteile und auch noch ein paar Scale Credits. Was liegt quasi auf dem Weg, ist da hinten in der Halle, hinter dem... Oder sieht man so aus, als wäre es in der Halle. Ich möchte mir dann gleich den LKW schnappen und zum Chemiewerk weiterfahren. Da ist die Kiste. Das Hauptproblem wird sein, wenn ich das nicht schaffe, dort die 10 Gegner in 35 Sekunden zu töten, dann... muss ich mich umbringen. Oder umbringen lassen. Und nochmal versuchen. Also genüge Gegner gibt es eigentlich. Aber ich trau meinem Aim gerade nicht mehr. Okay, immer geradeaus. Auf der... Straße bleiben. Keine Lebensstraße nehmen. Was ist das Ding so laut? War das immer so? Eieiei. Oh. Hallo. Das hätten können vier sein. Aber... Vielleicht kriegen wir die vier ja auch noch so in der... Hoppala. Guten Tag. Während wir hier diese Challenge machen. Werden wir doch bestimmt ein... zweimal da... vier vor die Flinte kriegen. So, ich schaue mich mal hier hin. Ich würde ja vermuten, dass ich wieder da drin sein muss. So, wir haben... hier einen, zwei... Einen hier drin, auf jeden Fall. Er sitzt am Schreibtisch, glaube ich. Ne. Ich saß ja früher. In meinem Tutorial saß einer da. Schreibtisch. Vielleicht da oben einer drin. Keine besondere Vorkommen. Wie scannt das Ding denn hier immer? Wow. Okay, da oben ist einer drin. Ich weiß ja, dass da unten drunter zwei stehen. Also hier unten kriegen wir die vier nicht. Glaube ich nicht. Moment mal. Zählen vielleicht auch diese Mutantschussdrohnen? Das wäre natürlich ein Ding. Ja, hier ist ja auch alles gut. Wenn die Kills auch mit der Mutantschussdrohne zählen würden? Ich meine, es steht nicht da, dass irgendwas mit dem Sturmgewehr gemacht werden muss. Das ist für eine Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Aber... Hat ja nicht unbedingt was zu heißen. So. An dem ist einer. Ich mach mal Werbenbild an. Einfach nur, um die... ... Gegner hier besser zu sehen. Ja, da hinten ist der. Ich muss nach oben den kriegen. Ich könnte mich das natürlich durch den Zaun schneiden, aber... ... wenn ich mich durch den Zaun schneide, dann... ... lassen die Drohnen wieder weg. Da läuft er rum. Ah, er kommt raus, so wie es aussieht. Das ist gut. Kommt er? Er kommt nicht. Was ist er denn hingegangen? Jetzt steht er da in der Ecke. Na toll. Kann ich... So geht das nicht, ne? Mit der Simultantschussdrohne. Ne. Er geht aber runter gerade, oder? Ja, er kommt. Da steht er. So. Alles im Intanschussdrohnen. Position. Feuer. Hat gezählt. Nice. Gut, dann ist das relativ easy. So, haben wir hier noch irgendwas Kistenmäßiges? Ja, hinten links und... ... da rechts. Hinten links ist da irgendwo, hm? Oh Gott, ach da. Er steht komplett im Dunkeln. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Ich habe nur ein Hey gehört. Ich dachte, er hätte mich von draußen noch gesehen. Aber die haben noch die ganze Zeit gar nicht geredet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da noch irgendjemand sonst ist. Aber gut. So, wo bin ich jetzt? Da, okay. Positiv aber anzumerken. Die Gegner leben wieder. Und... Ich habe diese Simultantschussdrohnen wieder. Ich muss keine neuen bauen. Nice. Gut. Ich laufe, glaube ich, falsch, oder? Ja. So. Das ist dieses Blöde, dass es in Räumen dann immer so stockfinster ist. Oh, so haben die Gegnerpositionen sich geändert. So, da laufen jetzt zwei Wolfs und er. Und hier. So, wo ist denn der Andererse wieder da oben drin, ne? Na gut. Machen wir schon mal die eine Challenge voll, ne? Kann ich von hier aus irgendwie reingucken, ne? Ich könnte natürlich auch einfach hingehen. Und anstatt... Oh. Das könnte ich natürlich auch machen, ne? Aber lasse ich jetzt mal. Äh, das Ding mache ich weg. Und nehme stattdessen den Schneidbrenner. Schneid mit da ein Loch rein. Ich habe Schritte. Ach doch. Ich habe irgendwo noch eine halbe Zigarette. Geht's nicht? Warum geht's nicht? Mach doch. Ich habe jetzt alle Tasten ausprobiert. Warum geht's denn nicht? Jetzt geht's. Oh, toll. Abbrechen. Ich kann's nicht... Alter. La, 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 la. Ne. So. Einer. Zwei. Ei, 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 das war knapp. Ja, hier ist nichts. Hier. So, zwei. Drei. Und ich musste eben nicht mal drin sein, ne? Habt ihr gesehen, ne? Ich habe den einen Wolf getötet. War nicht drin. Trotzdem relativ nah. Das war nur eins. Ich hasse Schrotflinten. Gegner. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie sehr ich verletzt bin. Boah. Okay. Ich weiß nur, dass ich jetzt ziemlich tot bin. Aber komm, ist gar nicht so schlimm. Töte mich. Ja, kill mich doch jetzt. Mein Gott. Der Tod ist ein taktisches Mittel. Und dann schleichen wir uns hier drumherum rein. Jetzt stelten wir vorne das Gebiet. Diese Multanschussdrohnen könnten mir noch nützlich sein. Bin ich noch richtig? Ja. Könnten mir noch nützlich sein bei den 35 Sekunden. Aber ansonsten... Achso, habe ich noch ausgerüstet. Probier ich mal das aus. Alles ruhig hier. Hier bei mir rührt sich auch nichts. Kein Quatsch. Wer ist da? Halt einfach den Mund und mach die Augen auf. So, hoffen wir mal, dass diesmal niemand sieht. Zack. Komm, geh rein. Die langsamste Spezialeinheit der Welt. Ich will da hoch. Der ist hier drin. Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir sind nicht allein. Glaubst du das? Glaub mal weiter. Ich hoffe, es kommt nur einer. Oh, einer kommt von hinten. Problem. Wer kommt da? Noch ein Heavy? Entweder noch ein Heavy oder der Wolf. Haufen Leute. Verflucht! Feuerschutz! Ich rücke vor! So. Ich kann auch, Stelz. Ja. Ich kann das. Äh, äh. Yo. Woher? Na gut, ja. Da sind ein Haufen Leute gestorben. Das, woher. Kann ich mir denken. So, wir haben da hinten dieses eine Beschütz. Ich nicht so geil finde. Ich hoffe, das ist nicht der Behemoth, der da schießt. Wenn der so weit schießen kann, dann haben wir ein dickes Problem. Ich darf hier nicht zu weit um die Ecke. Ach, Mann. Ich hoffe, das verletzt mich hier drin nicht. Ich will dieses Geschütz da hinten ausschalten, damit ich das safe raus kann. Und dann, wenn jemand immer pappt, der sich in die falsche Richtung an das Ding. Ich will das mal rein. Ich will das mal rein. So. in der Fresse. 40 Stoffschutz. 40 Schuss drauf geballert. Es kommen nur wenige durch tatsächlich. Nachtsicht. Wärmebild meine ich. Nur zur Sicherheit. Hier drin ist niemand. Aber auch keine Kiste. Die sollte doch hier sein, oder? Ach nee, noch weiter. Ach, das ist unter dem Überdachten. Okay. Da hinten ist das andere Geschütz, von dem ich gesprochen habe. Habe ich davon überhaupt gesprochen? Da drin waren auch nur noch zwei Wachen, aber ich weiß ja nie, ob sich da was geändert hat. Dass das Geschütz ist, kann ich eventuell, wenn es mich nicht vorher entdeckt, deaktivieren. So, Geschütz deaktiviert. Sonst ist dann nichts, ne? Gut. So. So wie es sich, ah nee, so wie es aussieht, waren die Raketen tatsächlich von der Behemoth. Krass. Die haben sich auch noch nicht wirklich beruhigt. Den mache ich weg. Okay. Ich meine, so weit oben. Ich muss mich mal irgendwo hinsetzen und mal scouten. Ich brauche zehn Gegner. Na ja. Minus die drei, die ich mit der Montanschuss drinnen wegmachen kann. Sehe ich die hier gut? Ja, so semi. Eins, zwei. Zwo, Entschuldigung. Drei, vier, fünf. Was ist das denn? Ahren-Geschütz-Turm. Nochmal. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da hätten wir noch einen Elften. Wie zur Hölle soll ich die denn in 35 Sekunden schaffen? Da haben wir noch Nummer zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Aber die sind halt alle so weit auseinander. Haben wir irgendwo ein Örtchen? Kann ich auf dieses Dach? Ja, da kann ich drauf. Von da aus. Na gut, das ist ein Heavy, ne? Ich guck mal, ob ich von dort drüben... Das kam von da. So, ich guck mal, ob ich die von hier gut treffen kann. Woher kommen diese Stimmen? Und warum kann ich die Drohnen nicht mehr einsetzen? Jetzt geht's. Hm. Haben wir hier so völlig irgendwelche Leute, die da rumstromern? Ich seh' keinen, ne? Ich hab' da unten... Niemand überlebt uns! Oh! Ah, da. Okay. Ist doch was ich schon... Das Beste wäre ja, wenn ich mit der Simultanschussdrohne welche markieren würde... Ach, scheiße. Die ich sowieso nicht treffe. Treffen kann. So, jetzt kommen die natürlich dahin. Zum Glück können die nicht hier hoch. Allerdings schießt die Behemoth garantiert gleich da hoch. Das wird wahrscheinlich das größte Problem sein. Mit der Panther-Klasse hätte ich den Behemoth jetzt einfach zuerst ausgeschaltet. Ich könnte aber auch parallel machen. Aber das ist eine schwarze Behemoth. Ich schalte erstmal den Geschützturm da unten aus. Unglaublich, wieviel die aushalten. Ich hoffe, da unten war kein Thronenpilot dabei. Hätte ich mir denken können, dass die da durchgucken können. Ich könnte es ja schließlich auch. Da darf ich nicht runter, das weiß ich noch. Da komme ich nämlich nicht mehr hoch. Hm. Nein, ich wollte nicht da runter. Oh, ich komme wieder hoch. Seit wann denn das? Ich will mal wissen, ob da unten welche drin sind. Nicht da, das da. So ungefähr, ne? Keiner drin. Okay. Dann könnte ich ja eigentlich da reingehen. Das Problem ist, ich darf da nicht so viele ausschalten, ne? Und weiter hinten ist noch ein Geschützturm. Wenn ich mich richtig erinnere. War da nicht mal einer? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da mal einer war. Da sitzt der Wolf. Hier war doch mal einer, oder? Ist nur noch der hier? Der hier da? Okay, gut. Mir soll es recht sein. Schon recht. So. Uh, war knapp. Drohne eins. Zwei. Da hinten der. Ich sehe den nicht von hier aus. Besonders durchs Visier sehe ich ihn nicht. Ist zu weit weg. Die Simultanschlussdrohne geht ja nur bis 200 Meter. So. Okay. Damit hätten wir drei. Ich schalte einfach wieder drauf. Ja, ich weiß, ich laufe hier wieder geduckt rum wie so ein Spacko, aber ich will nicht riskieren, jetzt nochmal entdeckt zu werden. Die sollen, wenn es geht, nicht wissen, wo ich bin. Zumindest nicht so genau. Ähm. Schauen wir nochmal. So. Die Eier, Drohne, ist schürt da rum. Da haben wir einen. Da. 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 Oh. Da unten vier Stück auf einem Haufen. Fünf. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Das wären die sieben, ne? Bei wem schwirrt denn die Drohne rum? Bei dem hier nirgends, ne? Nur bei dem. Ich sehe es gar nicht. Äh, gar nicht bei dem. Ah, das ist eine Raketenschütze. Bei dem hier schwirrt die Drohne rum. Das wäre so viel einfacher, wenn die still halten würden. Ich hätte gerne eine adaptive Tarnung. Ah, das ist halt alles heiß hier. Also alles kalt. Okay. Eins. Zwei. Drei. Nein, nein, nein. Nicht verletzt werden, Mann. Nein. Ah, shit. Das war's. Ah, verdammt. Ach, weißt du was? Komm, abbrechen. Müssen wir nochmal machen. Ja, pff. Ich laufe halt die glatte Wand runter. Ich bin da. Ich bin eine... Seht her. Ich bin eine Bergziege. Pff. Hahaha. Hm. Wo bin ich? Wieder da. Alles klar. Na gut. Weißt du was? Ich ersetze jetzt mal die... Das Ding mit dem Fernglas. Weiß nicht, warum ich das Fernglas die ganze Zeit nicht ersetzt habe. Ich darf ja sterben. Beziehungsweise töten sie Gegner ohne zu sterben. Ja, ich kann nur Gegner töten ohne zu sterben. Denn wenn ich sterbe, wird das Spiel neu geladen. Verstanden. Keine Aktivität. Hier auch nicht. Nö. Gar nicht. Hä? Wo ist er hin? Dann ist er hier auch nicht. Der war doch da. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Der ist doch gerade da gelaufen. Sag mal. Ach, da steht er. Hier ist er. Exekte den Vektor. Wirken zum Eingriff vor. Wirken zum Eingriff vor. Wirken zum Eingriff vor. Ja, mach das. Ich mache jetzt mit Absicht nicht Stealth. Ich gucke einfach, dass ich das hier schnell hinter mich bekomme. Damit ich wieder dorthin kann, wo die Action ist. Beziehungsweise, wo ich die Challenge abschließen kann. Och, nö. Ruf doch keine Unterstützung, du Feigling. Sollte, glaube ich, wieder auf Einzelfeuer stellen. Das ist immer so mein größtes Problem, habe ich das Gefühl. Habe ich mich getroffen? Nein. Ein Einsatzgruppe kommt. Alles klar. Kommt der mit dem Auto oder mit dem Heli? Ah, schau mal. Ein Einsatzgruppe. Ich glaube nicht, dass der das ist. Aber... Da. Zieh nicht mehr. Müssen die immer in den Wild da rumrennen? Mein Gott. Neutralisieren! What? Was? Was? Okay. Okay, das war unverhofft. Ich könnte wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit mit den Challenges durch sein, wenn ich nicht so kopflos vorgehen würde. Vielleicht sollte ich mal so spielen, als würde ich für mich, alleine für mich spielen. Ich spiele ja anders, wenn ich aufnehme. Weil ich dann hauptsächlich die Aufgaben hinter mich bekommen will. Oder möglichst effizient. Aber vielleicht ist langsam hier das neue schnell. Und da habe ich noch so großspurig gemeint, das klingt einfacher als das andere von der letzten Folge. Wo wir schon eine Stunde aufgenommen haben. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei einer dreiviertel Stunde fast. So. Ich bin jetzt relativ still, weil ich versuche auf Geräusche zu achten. Kann ich da? Nein, kann ich natürlich nicht da hoch. Ich hätte gerne so eine Klappleiter zum mitnehmen. So. Die sind da drin auf jeden Fall. Hier steht noch einer. Kriegt er auch noch eine Drohne geschenkt? Hier rührt sich nichts. So. Er hat auch noch eine Drohne. Dann setze ich mich mal ins Gebüsch und löse die Drohnen aus. Hat keiner was mitgekriegt? Prima. Dann clearen wir jetzt das Gebäude hier. Insofern er mich durch den Zaun lässt. Ich könnte natürlich auch einfach durch den Haupteingang gehen. Ich meine da oben. Lebt da noch jemand? Zeig mal her. Ja, da oben sind zwei drin, alles klar. Gut. Einer kommt raus. Das heißt, er sieht gleich die Leichen. So. Ist nur noch einer da oben drin? Oh, guck mal. Noch einer da drin? Negativ. Gut. Dann haben wir nur noch den einen da oben. Seiten unten ist noch einer, der nicht im Radius war. Okay, es sind auf jeden Fall noch zwei hier. Die Frage ist, wo? So. Wo ist der zweite? Der ihm geantwortet hat? Einmal mit der Throne aus dem Fenster. Ist keiner mehr, ne? Keiner mehr hier. Ach, die, die Dinger, die Kisten sind unten in den Gebäuden drin. Okay. Da ist ein. Ah, der Funke ist da. Okay. Da ist der Funke. Funke und ein Schütze. Alles klar. Gut. Gut. So. Jetzt ist nur noch der eine da. Und natürlich die beiden Geschützer. Das wollte ich nicht, dass ich wollte eigentlich die Nachtsicht aus, äh, die Wärmebild ausmachen. Kann ich da durch? Nö, natürlich nicht. Ich muss auf jeden Fall dahin, wo die Leiche liegt. Dann, wenn der andere die Leiche entdeckt, dann... Wo ist das? Wo ist der genau? Da. Zack. So. Jetzt die beiden Geschütztürme deaktivieren und dann können wir ganz geschmeidig... Scout. Warum ist jetzt nur noch einer da? Ähm. Ah ne, der andere ist ein bisschen versetzt. Siehste, ich hab doch gesagt, ich kann Stealth. Schleichen kann ich. Zumindest, wenn ich nicht nach, äh... Zumindest, wenn ich so spiele, wie ich privat spiele. So, dann schauen wir doch mal, wie die hier platziert sind. Der einen läuft da oben rum. Wichtig ist, dass da keiner ist. Gucken wir nochmal hier die Sicht an. Okay, da ist keiner. Was war das? Ach, da liegt's. Bicken. Die Bihgranaten liegen da rum. Okay. Ach, die Bihimo sieht schon cool aus, ne? So schwarz mit dem Silber. Sieht schon cool aus, ja. Kann man nix sagen. So, aber Gegner. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Da unten haben wir sieben, acht und neun. Zehn. Und da unten noch weitere Gegner. Ich würde die dazu neigen, die Simul... Moment, bevor ich zu irgendwas neige, checke ich mal, ob da jemand in den Gebäuden da drin ist. Ich hoffe, dass der Radius hier soweit geht. Da scheint nix drin zu sein. Also was ich jetzt eben sagen wollte ist, ich würde dazu neigen, die Simultanschussdrohnen auf die Gegner weiter weg zu schicken. Ah, da. Da ist einer. Okay. Bestimmt ein Shotgun-Schütze. So, das ist mir die Frage, von wo gehe ich ran? Wenn ich von da ran gehe, dann kann ich mit den Simultanschussdrohnen auch die da hinten links töten. Die da bei dem grünen Nebel sind. Die Frage ist, was treffe ich da ansonsten? Nicht viel, ne? Von hier aus treffe ich halt fast gar nix. Naja, dann... Simultanschussdrohnen habe ich ausgewählt. Wenn ich das Rad aufmache und nix auswähle, gut, dann bleiben die da, ne? Gut. So, Nummer drei. Sehe ich das jetzt hier schon? Ja, gut. Also da steht jetzt ne Eins. Dann kann ich ja sehen, ob diese Simultanschussdrohnen noch auf ihren Zielen sind. Ja. Das hat schon gereicht. Also das war die zweite. Tja, es ist nur noch eine auf ihrem Ziel und ich weiß nicht welche. Na gut. Dann halt hier. Eins. Zwei. Und die andere ist ja noch auf ihrem Ziel, habe ich gesagt, ne? So, wen treffe ich von hier aus? Auch nicht viele. Ich muss da runter. Ich habe keine andere Wahl, als da runter zu gehen. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Ich stelle mal auf Einzelfeuer um. Ich glaube, am meisten verziehe ich immer, weil ich... Ich sammle die Drohnen nochmal ein. Ich glaube, ich muss da hin, wo der Scharfschütze steht. Dazu muss ich den töten. Und dann da runter rutschen. Oder springen oder was auch immer. Ja, hier. So. Wie komme ich da hin? Indem ich da runter rutsche. Da bin ich dann natürlich auch ein gefundenes Fressen für alle anderen. Und ich muss dann trotzdem dieses Gebäude cleanen. Oder versuchen zu cleanen. Oh Gott. Wie langsam kann er denn runter gehen? Uiuiui. So. 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 Soll ich doch nochmal auf Vollauto stellen? Jetzt hier zum Säubern. Wir auch. Kein Hux. Warum pappt er sich immer falsch rum an die Ecken dran? Kein Gegner hier? Ne. Gut. Aber ne Kiste. Ich weiß, ich habe eben schon mit der Drohne geguckt. Aber man weiß ja nie, ob da nicht vielleicht noch jemand gerade außerhalb des Radius war. Roger. Verstanden. Hier auch. So. Hier bin ich auf jeden Fall vor Entdeckung sicher. Da unten stehen auf jeden Fall die drei von der Tankstelle. Oh Gott, ist das schwer. Zehn Gegner in 35 Sekunden. Auf extrem. Also auf einfach. Kein Problem. Da brauchen die eh nur zwei Treffer und dann sind die weg. Alles sauber. Das Lochblech setzen. Ich treffe von hier aus. Von hier aus. Ich weiß von wo ich Leute treffen kann. Von diesen Rondellen da. Stimmt. Das blöde ist, wenn ich entdeckt werde und sterbe, ist halt direkt wieder alles vorbei. Ich hoffe, ich werde hier nicht entdeckt. Ich habe halt echt Schiss entdeckt zu werden. Na, da drüben. Ja, toll. Ja. Ja. Ach, der blöde Raketenschutz. Ich habe eben noch überlegt, ob ich ihn töten soll. Ah, fuck ey. Fuck, 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 fuck. Hm. Bleibt in Deckung. Das ist noch nicht vorbei. Die Frage ist. Komm, die hier hoch. Ich meine, vielleicht wissen sie auch gar nicht, dass ich genau hier bin. Ich brauche keinen am Leben. Ja, holt euch mich. Kommt alle hier rein, bitte. Ich habe hier was Leckeres vorbereitet. Ach, verdammt, ey. Komm, machen wir den Schalldämpfer ab da. Alter, ich sehe den nicht. Muss wir ein Bild anmachen. Rausbrechen. Ich muss die Stellung wegnehmen. Halt den Deckung. Es ist noch nicht vorbei. Steck mich in die Brücke aus. Ist der jetzt da reingetreten oder war das, weil ich da den Feuerlöscher zerstört habe? Lasst keinen am Leben. Stimmt wegen dem Feuerlöscher. Du bist tot, du Häufchen Elend. Das war es eigentlich schon wieder. Ich kann es wieder komplett vergessen. Also, ich glaube, das wird mal längere Geschichte hier. Wir sind jetzt schon wieder bei fast einer Stunde. Lasst sie ja nicht entkommen. Bleibt in Deckung. Das ist noch nicht vorbei. Das Ding ist, wenn ich rausgehe, bin ich halt ziemlich tot. Ich schiebe die Minen wieder auf. Nur zur Sicherheit. Ach doch, der eine wurde weggesprengt. Da liegt er. Lasst keinen am Leben. Ich hätte halt gerne einen richtigen Timer. Dass ich halt sehen kann. Okay, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Das wäre gut. Wir holen sie uns. Bleibt in Deckung. Das ist noch nicht vorbei. Hm. Wisst ihr, wie diese Challenge super einfach wäre? Mit KI-Kameraden. Mit den KI-Kameraden, mit dem Simultanschuss, zusammen mit dem Simultanschuss Drohnen und einem eigenen Schuss noch, kannst du sieben Gegner gleichzeitig ausschalten. Und dann hättest du, also, oder hätte ich in dem Fall, dann hätte ich, ja, noch 35 Sekunden für drei Gegner. Bleibt in Deckung. Das ist noch nicht vorbei. Kann ich da unten drunter durchschießen? Ja, kann ich und die auch. Ich suche mir Deckung. So. Das war der Raketenschützer. Okay, holen wir sie uns, Herr. Wir sind alles, was vor dem Haus für diesen Kopf. Ich würd so gern seit, seit ich krabbeln können. Mein Gott. Sie ist halt einfach gar nichts da, ne? Das ist so übel. Ich hätte gerne halbe, ein halbes... Und scheinbar sehen die mich auch nicht. Also ich glaub nicht, dass wir das hier schaffen. Das werden wir hier nicht schaffen. Für mehr Stabilität beim Schießen kann ich ja auch noch die Klassenfähigkeit benutzen. Aber momentan ist das jetzt grad schlecht. Oh, was war das denn? Ich hab irgendwo dagegen geflogen, ne? Da läuft einer rum. Der kommt jetzt bestimmt da oben rein. Aber ich sitz ja relativ sicher. Nein, die kommen nur da vorne dran. Die kommen gar nicht rein. Okay, gut. Das soll mir recht sein. Okay. Okay. Die sitzen jetzt halt alle hier rum, ne? Das sind fünf. Vier da. Der Heavy dort. Da noch einer. Sechs. Sieben. Acht. Neun. War das wirklich alles? Wenn da nur noch neun Gegner sind, dann kann ich grad ne Bauchlandung machen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Das sind gerade noch zehn Stück da. Ich meine, ich kann's versuchen. Dafür muss ich aber brutal offensiv vorgehen. Und dabei werde ich vermutlich sterben. Ich versuch's trotzdem. Leg sie um! Ich meine, viel andere Möglichkeiten hab ich nicht, ne? Okay, ich aktiviere die... True-Grid. Hörtet sie, True! So, eins. Geh vor, ich geb dir weg. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich seh sie nicht! Vergammt! Da! Ist er! Oh Gott! Haha! Ich hab keine Zeit um mich zu verbinden. Ich hab... Ich hab halt keine Zeit um mich zu verbinden. Ich bin so schwer verletzt. Zack. Das war's. Also, sobald ich entdeckt wurde, ist eigentlich vorbei. Boah... Das ist heftig. Ich glaube... Ich geh erstmal zur Chemikalien-Pipeline und mach das. Hier hab ich mich jetzt ein bisschen festgefahren. So, welche Richtung... Hups! Welche Richtung geht's denn? Genau in die? Aber da kommt ja sowieso bestimmt ein Auto vorbei. Haben wir hier wieder alles? Jo! Ehrenspiel! So... Chemikalien-Pipeline da ist er. Zehn Gegner ohne zu töten. Ne, fünfzehn. Das ist kein Ding. Denk ich. Vorausgesetzt ich werde nicht von einer Minigun aufs Korn genommen. Ich brauch ein Auto. Oder ich lauf einfach querfeldein und halte mich von der Straße fern. Patrouillen sind hier brutal stark. Was ich nicht verstehe. Ich meine, die Insel ist sowieso eigentlich ja abgeriegelt. Komplett. Diese Menge an Patrouillen würde ich auf der Hauptinsel erwarten. Denn dort agieren die Outcasts. Dort sind die Selbstversorger. Dort ist halt die meiste Action. Würde auch ein bisschen mehr Leben in die Bude bringen, wenn auf der Hauptinsel so viele Patrouillen wären. Da kannst du ja stellenweise minutenlang die Straße entlang rennen und triffst halt kein anderes Fahrzeug. Was ist das? Pilze. Blaue Pilze. Gibt es da vielleicht ein Boot, dass ich von unten rankomme? So, ein paar blaue Pilze. Ich wollte mich eigentlich ducken, aber gut stehe ich halt hier. Da ist ein Boot. Sehr gut. Und da auch. Schau ich mir das Ganze doch mal an, wie es hier aussieht. Okay. Da oben sind auf dem Gegner und der Generator. An jeder Seite sind hier Gegner. Ich wüsste mal gerne, was die Drohne da immer scannt. Da unten laufen natürlich auch viele rum. So, wo kann ich denn relativ sicher mit dem Boot anlegen? Hier, ne? Und dann kann ich da in Deckung gehen und da lang, oder? Komm, ja, da muss ich hier hochklettern. Hochklettern ist vielleicht nicht so günstig. Hoopala. Wie sieht es denn hier aus? Da müsste ich auch hochklettern, also. Deto, hier ist auch nichts zu sehen. What? Ich hoffe, das war noch der Dialog von der Pipeline. Von der Ölbohrinsel. So, ich schnapp mir dieses Schnellboot und dann. So, genau. Wieder auf Einzelfeuer. Und dann. Machen wir zumindest mal den Abschnitt. Ich will gerade noch kurz auf der Karte gucken. Oh, alles klar. Hab noch nicht so viel hier aufgedeckt, ne? Ich hoffe, ich werde bei der Anfahrt jetzt nicht entdeckt. Das wäre mir ganz lieb. Da könnte ich auch anlegen. Vielleicht muss ich aber auch gar nicht anlegen. Vielleicht wäre es sogar schlau, nicht unbedingt anzulegen. Sondern zu tauchen. Zumindest solange mich jemand sehen kann. Der Wolf da oben macht mir ein bisschen Sorgen. Okay. Wollte gerade sagen, komme ich jetzt nicht hier hoch oder was? Da oben patrouilliert auch einer. Machen wir wieder ein Wärmebild an. Dein Wärmebild ist Liebe. Hier drüben ist auch alles friedlich. Freundlich. Der hat mich entdeckt. Ich wollte gerade schießen. Was? 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 Heilige. Ihr habt das auch gesehen, oder? Ihr habt das gesehen, oder? Was machen die da? Was soll denn der Mist? Die zirkeln einfach die Luft neben der Leiter. Was zur Hölle? Alle Bugs gefickt. Alle Bugs gefixt. Gar kein Problem. Ach, das sind die Dialoge der Entwickler. Bei mir ist alles sauber. Ja, ich finde hier auch keine Bugs. Verstanden. Hier ist auch nichts. Oh, leck. Ich mache es aber nochmal genauso. Und pfeife halt dann auf die Wärmebild. Denn die war es, weswegen ich den Wolf da oben zu spät identifiziert habe. Ich habe ihn auch erst dann wirklich identifiziert, als er sich bewegt hat. Und ich daraufhin die Wärmebild sich deaktiviert habe. Das sind die eh wieder anders platziert wahrscheinlich. Da hinten läuft ein Heavy. Ich muss irgendwo... Ach, da komme ich nicht. Ach doch. So. Wo bin ich denn jetzt dran geklebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe wieder... Vollauto an. Was? Das waren zwei Gegner. Scheiße! Boots ist tot! Wir... Was? Drei. Probleme. In the near, wie sind die? Hier ist was. Das werde ich untersuchen. Ja, untersuchen wir da hinten. Sie sind hier. Wir müssen sie finden. So. Wir haben drei Gegner. 15 brauchen wir. Was? Hä? Wo klettern die denn schon wieder rum? Guckt euch das an. Was ein Bugfest. Sie sind hier. Wir müssen... Geh los! Fünf. Ich laden nach. Oh! Da hinten ist einer. Ich habe gerade gesehen. Da. Sechs. Was? Ein Bugfest hier. Alter, schweb. Ich muss aufpassen, dass ich nicht... dass nicht hinter mir gleich ein Gegner runterkommt und der Luft stehen bleibt und mich dann tötet. Ich traue mich jetzt nicht, hier die Drohne auszupacken. Weil da Schritte sehr in der Nähe sind. Was ich aber mal machen kann, ist hier so eine hinzuwerfen. Ah, da ist der. Ja. Okay. Ansonsten ist da aber keiner. Das heißt, ich könnte vielleicht hochklettern. Ja. Da wäre ich sogar sicherer als hier unten. Vorausgesetzt, die kommen nicht angestürmt. Wenn sie angestürmt kommen, dann war es das jetzt natürlich. Okay. Ich glaube, ich hätte lieber die Digitalzieloptik. Könnte sie auch schnell umbauen, aber... Dann muss ich mich wieder an neue Entfernungsmarker gewöhnen. Was ist denn da gerade explodiert? Hä? Wo ist der? Ist der da drin? Ja, der steht da drin. Oh shit. Kann ich den hier im Nahkampf? Alter! Was war das denn? Also ich konnte ihn nicht im Nahkampf töten. So. Ja. Glaubt ihr das? Ja. Hört mal. Wir haben ungebetene Gäste. Äh... Glauben. Glauben. Ich geb mal. Glauben. Ich kletter mal da hoch. Warum auch nicht. Deshalb vielleicht... Okay. Vielleicht gehe ich doch wieder rückwärts runter. Okay. Warum können die denn keine Leitern klettern hier, sag mal? Auf Aurora ist das kein Problem. Also auf der Hauptinsel. Sieht aus wie Graffiti hier an der Wand. Als wäre es hier weiß. Als wäre die Wand hier so heiß, dass weiß es. Das ist einfach nur Licht. Also das Wärmebild funktioniert hier in diesem Spiel halt einfach gar nicht. Müssten wir jetzt 10 gewesen sein oder so? Das Gute ist, die kommen hier nicht rein. Hoffe ich. Scheiße, der Kehr aufgepasst. Der Kehr auf, Freunde. Aber klar, du hast da raus. Weißt du, dass da jemand ist? Okay. Befugungsstandort finden und angreifen. Ich bin hier. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ach du Scheiße. Hä? Von der Erde her? Wenn ich richtig gezählt habe, sind es jetzt 7? Ich hätte gerne einen Tracker. Wo kam er denn jetzt her? Der andere da, ne? Bestimmt durch die Wand geklitscht. Das war noch keiner. Siehst du, wo kommt die denn her? Ich glaube, die laufen einfach irgendwie da vorne durch die Wand. Kann das sein? Ich habe den nicht runterfallen gesehen. Also, nach dem, was ich hier bereits gesehen habe an Bugs, glaube ich an alles. Ach komm. Ich habe hier gerade ein bisschen Ruhe. Bastel ich mir gerade mal noch wieder meine ganzen fehlenden Gegenstände zusammen. Kann ich auch noch mal einen Sensorball werfen. Da oben steht noch der eine Heavy und noch ein Shotgun. Ich gehe mal wieder da raus. War da hinten einer? Ne. Oh, da ist eine Kiste. Schön, eine Kiste. Ich gehe mir mal da hinten die Munition einsammeln von denen. Zum Glück sind da keine Geschütze oder so. So, und da die jetzt alle auf der anderen Seite sind, müsste ich doch eigentlich safe hier hochklettern können. Kann ich nicht, ah, ne, ich kann nicht einen Tick weiterhauen. Was war das? Hat sich nach einem Geschützturm angehört? Oh, der ist eingefahren. Das heißt, die wissen nicht mehr, dass ich hier bin. Das ändert sich wahrscheinlich gleich. So, was sind das nicht schon 15 gewesen jetzt? Ich bin doch hier auch richtig, ne? Chemikalienpipeline? Eie, ja, gibt's hier Zeug, alter. Chemikalienpipeline. Da hinten ist der Heavy. An welcher Seite kann ich... Oh, da ist noch ein Heavy. Der mich gesehen hat. Oh, jawoll, da haben wir es geschafft. Nice. Da haben wir es geschafft. Siehste. Das war um einiges einfacher als diese 10 Gegner. Ich kliere das hier jetzt und dann sammle ich noch den ganzen Kram ein, den es hier gibt. Hier gibt's ja mehr Symbole als auf der ganzen Restinsel. Ja, ja, genau. Ihr habt mich vertrieben. Ich bin aber nicht überall. Ich bin am Generator. Mein Gott. Himmel! Himmel! Wie konntest du mich denn sehen? In deinem Helm mit deinem blöden, kleinen, pupsigen Seeschlitz. So, schauen wir mal hier. Ei, ei, ei. Direkt voraus. Kleidung. Wo? Unten? Oben? Ich hoffe, ich habe hier nicht nur einen vergessen. Da ist keine Kleidung. Da auch nicht. Wirst du das nicht hier sein? Da? Gerade ist so rechts hinter mir. Da oben drauf vielleicht. Oder kann man da rein? Da oben drauf ist nix. Kann man da rein? Ach, da kann man rein. Okay. Einmal Kleidung hier. Dann geht's weiter. Geradeaus. Was gibt's denn hier überhaupt für Kleidung? Ein Helm Obscore Fast? Ähm, was? Den habe ich doch schon längst. Brille Oakley Halo. Habe ich jetzt eingesammelt. Was ist dann hier in der Kiste noch drin? 5000 Scale Credits. Obscore Fastien habe ich doch schon ewig. Also schon wirklich ewig. Hm. Wo genau hier? Hinter mir? Da oben drauf bestimmt. Oh mein Gott. Ist das so verworren hier? So. Wo ist die Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Ach, warum gucke ich nicht einfach mit der Drohne? Drohne markiert mit. Ach, das ist da unten. Okay, Scale Credits sind da unten. Und das andere Ding ist da. Direkt voraus. Da vorne. Alles klar. Und die Scratch sind unten. Raid Einsatz erfolgreich. Demontage abgeschlossen. Yo, cool. Nice. Da ist der Kuckuck, was ich da alles kriege. Das kann uns wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren hier. So, wie weit unten war es? Noch eins, ne? Da haben wir eine Leiter. Geh die Leiter runter, bitte. Komm. Tu mir den Gefallen. Ich hätte jetzt nicht wollen, mit dem Fallschirm da runter springen. Da haben wir 5000 Scale Credits. Ich bin reich. Das war es hier, ne? Ne, doch nicht. Es gibt noch mehr Scale Credits. Ach, das waren nur 2500. Ah, das waren nur 2500. Da hinten? Ist es das bestimmt. Und dann halt nochmal mit dem Boot wieder zurück, ne? Muss ich jetzt ehrlich da hochklettern? Welcher Etage ist es denn? Natürlich ganz oben. Ja, die Leutchen von Ubisoft wissen, wie man Spielzeit streckt. Ich sage euch, diese Folge wird bestimmt zwei Stunden lang. Hä? Ah, da geht es hoch. Ich meine, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Und dann habe ich es noch nicht mal ansatzweise geschafft. Und ich muss auch gleich nochmal ans Biwak, um es wieder hell zu machen. Denn im Dunkeln, wobei im Dunkeln werde ich vielleicht schwerer entdeckt. Ich hoffe, da unten ist noch ein Boot. Ich meine, wir sind ja auch noch ein Boot bekommen. Also muss mindestens eins da sein. Da, guck mal da. Ai, ai, ai. Ich meine, da ist noch ein Fragezeichen. Da könnten wir anlegen. Es liegt ja sowieso auf dem Weg. Ich gucke, dass ich nochmal da anlege, wo wir waren. Ja, komm. Ich gehe dahin, wo wir waren. Und dann... Oder zumindest ungefähr, wo wir waren. Jetzt ist er da vorne. Das sieht schon cool aus. Muss ich ehrlich sagen. So. Schön gesurfaced. Gesurfaced. Ich kann halt nicht wirklich einschätzen. Okay. Es ist sehr schnell sehr dunkel geworden. Muss ich nachladen? Sicher ist sicher. Wenn da gleich ein Fahrzeug kommt. Da ist es schon. Ich habe nicht alle erwischt. Gibt es doch gar nicht. Bin ich froh um mein erweitertes Magazin. So. Einsteigen. Ich hoffe, ich setze das Ding jetzt nicht in den Sand. So. Also nur noch zehn Gegner in 35 Sekunden. Das klingt so einfach. Es klingt einfach so einfach. Welche Richtung muss ich eigentlich? Mehr nach links. Alles klar. Das klingt halt so verdammt einfach. Kann ich da hoch? Nee, nicht wirklich da. Das klingt halt echt so billig. Aber dann sind die Gegner so weit auseinander. Keine übliche Deckung da. Und dann wird so eine billigaufgabe auf einmal doch recht schwer. So. Schalt-Empfers drauf. Gut. Einzelfeuer-Modus aktiviert. Vielleicht nochmal. Bei einer Aktion in Pakistan habe ich mal ein paar Männer verloren. Das wissen zwar alle, worauf sie sich einlassen. Ich denke immer noch an die Jungs zurück. Guck mal, du hast noch einen Mann verloren. Das kann ich den nicht treffen, sag mal. Doch, geht doch. Ich denke dauernd, dass da hinten wäre ein Kopf. Wo? Das hat einfach nur einen Grünfilter, ne? Ja, das ist korrekt. Ich bin auch noch da. Aber da ihr nicht genau wisst, wo ich bin, kann ich ganz gemütlich hier stehen. Wie der Predator. Schade, dass hier vorne keine zehn Gegner sind, ne? Vorne könnte ich da bestimmt was drehen. So. Ach ne, die sind zu weit weg. Ich dachte gerade, ich hätte eine gute Idee, aber wir sind zu weit weg. Okay. Ist gerade mehr drin. Da auch nicht. Gut, dann nochmal neu bauen. Oh, kann ich reingehen. Ja, also meine tolle Idee, die ich gerade hatte, war dass ich von da drüben aus, also von hier ungefähr, da kann ich ja ein bisschen da rein sehen. Oder auch von der anderen Seite. Dass ich von dort aus die Simultanschuss-Drohnen auf Gegner setze. So schwach sind ich, dass manche Lichter einfach nicht auszuschießen sind. Ja, also dass ich da die Simultanschuss-Drohnen auf Gegner setze und dann die also die Gegner hier vorne ausschalte. Denn dann wären es genug. Ich meine, wie viel waren das jetzt? Warum? Oh, ich habe schon wieder den Bug mit der Drohne. Ich kann die Drohne nicht einsetzen. Warum nicht? Es geht nicht. Drohne will nicht. Das ist jetzt schlecht, dass ich die Drohne nicht einsetze. Oh shit. Sie sind gerade wieder eingefahren, oder? Was ist das andere denken? Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich will die Drohne, man. Das ist, das ist jetzt doof. Ah, okay, guck mal. Näh, das kann ich nicht. Ah, doch da hinten. Sie sind also immer ein bisschen anders platziert, die Geschütztürme. Jetzt stehen sie parallel da. Hm. Ob Geschütztürme auch als Gegner zählen? Ich meine, möglich wäre es, ne? Wisst ihr was? Probieren wir aus. Ich meine, zu verlieren haben wir eh nichts. Ich brauche da jetzt mal an jeden zwei C4 dran, nur um sicher zu gehen. Gut, ich brauche nicht mehr zu schleichen, sind beide deaktiviert. So. Das wären dann fünf. Also ich zähle die jetzt einfach schon mal direkt mit. Das wären dann fünf. Ist das da so hell? Warum? Guckt euch. Ah. Alter. Äh. Soll man hier irgendwas erkennen können noch, oder? Ihr seht das, oder? Also ihr seht, dass man nichts sieht, ne? Ich habe hier gar keine andere Wahl, als die Wärmebild zu benutzen. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Nein, jetzt falle ich auch noch runter. Oh, nee. Oh, Mann. Wie soll ich denn so? Ich müsste heute eigentlich noch vier Folgen aufnehmen. Nein, fünf sogar. Wie soll ich denn dem Tempo fünf Folgen aufnehmen? Es ist jetzt halb zwölf in der Nacht. Ich wollte eigentlich auch noch was von meinem Freitag haben. Alter. Was soll das? Vielleicht habe ich ja, in Anführungszeichen, Glück. Und die Folgemissionen sind wieder nur Grind. Aber die Drohne funktioniert wieder. Das ist gut. Immerhin. Ich glaube, ich zähle jetzt mal die Gegner, die da vorne sind. Und vielleicht probiere ich das, meine Idee dann doch mal aus. So, wir haben ein Schwergewicht da. Wir haben da hinten einen. Scan, scan, scan. Zwei. Okay. Hinten haben wir zwei. Drei. Vier. Fünf. Plus den Schwergewicht sind sechs. Da unten ist einer, nein, das ist das Schwergewicht. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay. Das wird doch schon reichen, ne? Das würde auf jeden Fall genügen, wenn ich es schaffe, die Schwergewicht zu machen. Schnell genug auszuschalten. Insofern. Ich da. Die anderen. Auf die anderen drei Simultanschussdrohnen draufkriege. Kommt mal von da aus hoch. Das ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, das ist zu hoch. Aber ich käme da drauf. Dann komme ich aber nicht mehr zurück. Wie weit auch da. Und da unten könnte ich da. Ich glaube, da unten laufen drei rum, oder? Bestimmt. Hier einer. Zwei, drei. Also das sind auf jeden Fall genug. Ich darf halt nicht weit, nicht so weit. Kann ich einen Ping machen? Ja, kann ich machen. Aber ich sehe nicht, weil ich das deaktiviert habe. Weil ich mir ja alles unnötig schwer machen will. Okay, also muss ich schon sagen, das hier ist gerade schon der Wald hier, wo der Mond so ein bisschen durchscheint. Schon atmosphärisch. Ich hoffe, ich werde hier nicht entdeckt. Ich habe keine Ahnung, ob Schatten hier eine Auswirkung haben. Nicht zu viel sprinten. So, hier ist das. Oder? Ja. Und darüber komme ich auch wieder hoch. Nice. Simultanschussdrohnen. Eins. Zwei. Andere war hier irgendwo. Ja. Drei. Ich hoffe, die sind nicht weit zu weit weg. Ich hätte gerne ein Entfernungsmesser. Ich habe doch ein Entfernungsmesser. Scheine. Das sind auch ein ziemlich guten. Guck mal. Oder? 144 Meter sind das. Oh, fuck. Das ist zu weit. Und wenn ich jetzt... Kann ich messen, wie weit ich gehen darf. Na ja, also... 144 Meter ist bei mir. Das heißt, ich kann auch 50 Meter gehen. Bis hierhin. Ungefähr. Ungefähr bis hierhin. Da treffe ich niemanden. Kannste vergessen, mein Plan funktioniert nicht. Schade. Das heißt, wenn ich jetzt da hochgehe, sind die Drohnen gleich wieder weg. Da macht es viele Leute blüht blüht. Und dann war es das. Da kann ich ja leider nicht hoch. Oder? Ne. Da. Blüpp, 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 blüpp. Da kommen sie. Sagt man, das war die letzte. Tja. So viel zu diesem tollen Plan. Weißt du was? Um mir das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, stehe ich mal kurz hier in der Pampa und lege das Handy hier zwischen mich und die Tastatur. Und nachdem ich den ersten getötet habe, starte ich den Timer, damit ich sehe, wie weit... damit ich halt auch mal abschätzen kann, wie viel so 35 Sekunden sind. Eins. Ne, die lasse ich. Ich will gerne... die da hinten drin rum spazieren. Den Funker und den Schützen. Das ist der Beschützturm. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das Gute ist, jetzt höre ich immer, wo der Gegner ist. Ja, ist tatsächlich der Beschützturm da? Naja. Ich stelle auf Auto. Voll Auto. Naja, und dann... mache ich es eben so. So, das haben wir drei. Arsch hoch, los! So. Schnell, 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 schnell. Wo ist ein Gegner? Da unten drin? Negativ. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Was? Oh, wie konnte ich den denn nicht treffen? Genau, der Feind ist hier, aber... Oh, scheiße, ich kann nicht mehr sprinten. Oh Gott, sind 35 Sekunden so wenig. Nööööö. Und jetzt schaffst du es mal wieder nicht mehr, jemanden zu killen. Das waren 35 Sekunden. Ende. Tja. Geht's mir auf den Keks. Geht's mir auf den Keks. Heidewitzka. 35 Sekunden sind brutal wenig. Brutal wenig. Warum setzt der mich denn jetzt immer hier ab? Mann, so weit weg. Leute, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Auf Extrem und ohne KI-Kameraden. Also, um das Ganze nicht zu sehr rauszuzögern. Also, wir sind jetzt bei... einer Stunde... und... zehn Minuten ungefähr. Oder fünf Minuten. Wenn wir bei anderthalb Stunden... Wenn ich's bei anderthalb Stunden nicht geschafft hab, dann werde ich... die KI-Kameraden aktivieren. und das mit denen machen. Ich hoffe, mir ist da keiner böse. Aber das hier ist schon echt ne harte Nummer. Oh. Bop, 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 bop. Vorsicht da. Wie kann ich da durch? Oh, shit, 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 shit. Bin ich hin? Bin ich getarnt hier? Stimmt, ne? Und dieser Job ist wie mein letzter Einsatz. Scheiß langweilig. Ach, Junge. Ja, Mann. Ich hau ab. Geh wieder auf die andere Seite. Ich muss da durch. Ich hab ne Idee. Ich habe einen Plan. Ich muss schon drin sein, wenn ich die erledige. Geht der rein? Der geht rein. Gott. Hier ist alles ruhig. Ihr auch. Ich hoffe, ich kann jetzt durch, ohne entdeckt zu werden. Mein Gott, warum steht der denn noch drei Sekunden da? Das Problem ist, dass mein Handy-Display da und rausgeht. So. So mache ich vielleicht zuerst oben die weg und dann unten die. Oder ich kill jetzt den. Und renne direkt durch. Wo überhaupt irgendjemand groß was mitbekommt. Wo ist der andere Schütze, der hier oben immer rumläuft? Wo ist der? Wo ist der? Verdammt, wo ist der? Na toll. Na toll, das kannst du vergessen. Klappt eh nicht. Das wird eh nichts mehr. Okay. Müssen die immer so rumglitschen? Oh Gott, das will. Nee. 35 Sekunden over. Kannst vergessen. So wird das nichts. Wir treiben sich Gegner rum. Das habe ich im Gefühl. Okay, er hat im Gefühl. Das heißt, er hat mich noch nicht gesehen. Das ist gut. Eins. Zwei. Drei. Wir haben möglicherweise Feinde im Sektor. Bleib wachsam. 4, 5, 6, 7. 8, 9. Und da unten wäre der 10. Sie sind da hinten im Licht. Na gut, aber das Licht sehe ich so eh nicht. Wenn ich jetzt den zuerst nehme. Wir treiben sich Gegner rum. Das habe ich im Gefühl. Ich habe es geschafft. Jawohl. Ich habe es geschafft. Nice. In 20 Sekunden sogar. Alter Schwede. geschafft. Oh Gott. Leute, ihr glaubt nicht. Warum, warum sage ich eigentlich wieder dir? Ich habe mich doch drauf, mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich du sage. Ach, Alter. Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass ich das geschafft habe. Alter, das war so ein Krampf. Ein Krampfkampf. Ich glaube, so eine lange Folge hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich sagte eben eine anderthalbe Stunde. Ne, wir waren, wir waren, wir sind sogar schon bei einer Stunde und, na, drei Viertelsen. Fast zwei Stunden. So eine lange Folge hatte ich echt schon lange nicht mehr. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, okay, das ist das nächste Folge. Alter, bitte, bitte, bitte gib mir ein Mitleids-Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die vor einer dreiviertel Stunde online gekommen ist. Bis dann, mein Freund. Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich.